Hallo, ein kurzes Video über eine Zusammenführung. Die liebe Saba, das ist ein Podenco Ibizenco-Mischling, ca. 3 Jahre alt, kastriert, groß, 70 cm. Sie war auf einer Pflegestelle im Saarland, wurde hier mit anderen Hunden zusammengeführt. Das ging ganz problemlos. Die Hunde von Claudia, hier auch jemand aus Spanien, der kleine Wundmann, der war schon etwas älter, hatte keine Probleme mit Saba und die anderen drei auch nicht. Saba ist das kühle Wetter in der Eifel wahrscheinlich nicht so ganz gewöhnt. Hat noch ein Mäntelchen an. Die Zusammenführung ist schon etwas her, schon ein halbes Jahr oder so. Aber gut zu sehen, ist in der Regel eine einfache Sache. zusammenkommen lassen. Hier auf dem Grundstück ist super viel Platz, wenn es Probleme geben würde. Könnten die Hunde sich trennen von selber. Kein Stress, ein bisschen rumgeschnüffeln. Heute sind das alles gute Kumpels. Toben, spielen. Saba hat noch etwas Angst vor dem kleinen Mann. Aber so eine Zusammenführung ist eigentlich immer eine feine Sache. Schnüffeln, markieren, dann geht das alles. Immer alles mit Ruhe machen. Die Hunde machen das in der Regel schon. So, ich habe noch etwas geschnüffelt bei der neuen Dame. Wer bist du denn? Was willst du hier? Viel Platz zum Rumrennen. Alles perfekt. So soll es sein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.